Du hast wohl vergessen, dass ich jede Menge Beweise an der Hand habe. Für ein paar Jahre Knast reicht das allemal. Du blaffst, und das nicht mal gut. Alle Beweise sind längst vernichtet. Sie wissen gar nicht, wie viele Menschen Sie damit sind. Schlicht und ergreifend das Leben retten. Das reicht aber langsam. Ich weiß ja gar nicht, wo ich hingucken soll. Zum Glück konnte ich fast ungestört mental in Nix Unterbewusstsein vordringen. Eine starke Persönlichkeit. Das heißt, Sie können meinen Enkel heilen. Schnauze! Ich möchte Ihnen noch ein Angebot machen. Du weißt, was das bedeutet? Ich muss an das Original ran, egal wie. Und du wirst mir dabei helfen. Du hast Clarisse einführt. Ja Gott, ist das vielleicht ein Problem für dich? Es ist ein Verbrechen. Und wie nennst du das, was sie mir all die Jahre angetan hat? Clarisse hat mir das Leben zur Hölle gemacht. Zweimal hat sie mir den Mann genommen. Sie hat den Mann weggeschnappt. Nicht weggeschnappt. Ermordet hat sie sie. Dann müsste sie doch im Gefängnis sitzen. Ja, mehr oder weniger. Sie ist so ein gemeines Biest, dass selbst unser Butler sie damals vergiften wollte. Nur leider hat nicht sie, sondern mein armer Mann, Ben, die Praline gegessen. Also ist sie unschuldig. Ja, vor dem Gesetz vielleicht. Sie hat versucht, mich als seine Mörderin hinzustellen. Dabei wusste sie ganz genau, wie sehr ich Ben geliebt habe. Ich hatte mein Leben für ihn gegeben. Und das zweite Mal? Naja, als ich Bens Tod verkraftet hatte, da verliebte ich mich in Rajan. Rajan? Bens unehelicher Sohn. Dein Stiefsohn also. Ja. Das war natürlich ein wunderbar gefundenes Fressen für Clarisse. Sie hat ihre Gemeinheiten so schlimm getrieben, dass uns nichts anderes übrig blieb, als ins Ausland zu gehen. Dort haben wir geheiratet. Und da ist das dann auch passiert. Rajan hatte einen tödlichen Unfall. Clarisse hat mir all die Menschen genommen, die mir je was bedeutet haben. Was habe ich gemacht? Ich habe ihr ein bisschen Geld abgeknüpft. Dabei hätte ich sie auch umbringen können. Aber ich habe ihr nicht ein Haar gekrömmt. Diese noble Geste wird ihr vor Gericht wenig nutzen. Ja, ich weiß. Und deswegen bitte ich dich. Carsten, ich flehe dich an. Du musst mir helfen, diese Geschichte zu beenden. Ich muss jetzt... Ja, was musst du? Nach den Arbeiten sehen. Nach den Aufräumungsarbeiten im Schloss. Das ist doch jetzt nicht wichtig. Doch, das ist sogar sehr wichtig. Ich werde mir noch fertig werden wollen. Ich... Ich müsste den anderen... Klarissas Taten ließen sich noch endlos fortsetzen. Verstehst du jetzt, warum ich sie entführen ließ? So langsam. Ich musste irgendwas tun. Oder hätte ich sie ungestraft davon kommen lassen sollen? Trotzdem gibt es dir noch lange nicht das Recht, einen Menschen zu kidnappen. Wieso hast du sie nicht geschäftlich fertig gemacht? Das dauerte mir zu lange. Carsten. Wenn du mir hilfst, diese Sache zu beenden, dann kannst du dich danach für immer zur Ruhe setzen. Klingt verlockend. Dann hilfst du mir, das Band zu finden? Ja. Aber nur, solange ich dabei nichts machen muss, was ich mir gegenüber nicht verantworten kann. Ja, keine Angst. Ich werde schon nichts von dir verlangen, was sich in Schwierigkeiten bringt. Ich gehe schon. Bei von Anstetten? Tut mir leid. Frau von Anstetten ist im Moment leider nicht zu Hause. Kein Problem. Es ging nur um ein kleines Geschenk. Kann ich Frau von Anstetten vielleicht etwas ausrichten? Sagen Sie doch einfach, sie soll sich innerhalb der nächsten 24 Stunden überlegen, ob sie vielleicht auch das Original des netten Familienfilms haben möchte. Gegen eine kleine Gebühr, versteht sich. Ja. Packen Sie Ihr Zeug da ein und verschwinden Sie von hier, und zwar auf der Stelle. Aber ich habe dir doch genau erklärt... Und merken Sie sich eins, ich dulde es nicht, dass irgendein dahergelaufener Quacksalber meinen Sohn anfasst. Bei so vielen negativen Energien wäre an ein Erfolg der Therapie ohnehin nicht zu denken. Ach so, warten Sie doch. Sag mal, bist du nicht mehr zu retten? Herr Lemke war gerade dabei, nicht zu helfen. Auf diese Art von Hilfe können wir verzichten. Ich kann Ihnen nur noch Glück wünschen. Unter diesen Umständen werden Sie es brauchen können. Und zwar sehr viel Glück. Warte. Du willst immer nur deinen Kopf durchsetzen. Oh Gott, wie konnte ich nur so blöd sein? Ich hätte doch von Anfang an merken müssen, was dieser Typ vorhat. Und wenn du auf seine Forderung eingehst, vielleicht gibt er ja dann Ruhe. Ach Quatsch, niemals. Bist du sicher? Leonard hat nicht das erste Mal versucht, mich zu erpressen. Und das alleine ist ja wohl Beweis genug, dass er es immer wieder tun wird. Da hast du recht. Aber wenn er glaubt, ich würde mir das gefallen lassen, dann hat er sich verdammt geschnitten. Was hast du vor? Ich werde dafür sorgen, dass er kriegt, was er verdient. Du meinst, du willst ihn umbringen? Erstmal werde ich diese Kopie beseitigen und dann... Das kannst du nicht machen. Ich habe Leute, die das für mich erledigen. Ja. Ich setze mich jetzt zuerst mal hin und lege die Füße hoch. Ich bin auch total geschafft. Dafür war es aber ein voller Erfolg. Ja. Wo ist denn eigentlich Nils? Keine Ahnung. Aha. Darf ich die Damen auf ein Glas einladen? Hoppala. So. Okay. Kathi, gibt es weiter? Ja. Danke. Ja. Vielen Dank nochmal für alles. Besonders an dich, Kathi. Du hattest mir versprochen, niemandem was von meinem Problem zu erzählen und hast es prompt austrompetet. für diesen Wortbruch, liebe Kathi. Vielen Dank. Ja, aber an Sie, Frau Sander und dich, Bastianne, herzlichen Dank für alles, was ihr für mich getan habt. Vor allem jedoch möchte ich mich bei Ihnen bedanken. Durch Ihren Einsatz können wir jetzt nicht nur die Fracht vor Ort bezahlen, nein, es müsste uns sogar möglich sein, eine zweite Lieferung auf den Weg zu bringen. Es ist allein Ihr Verdienst, dass ich heute so glücklich bin. und deshalb danke für den schönsten Tag in meinem Leben. Nicht doch. Hi. Guten Abend. Hätte ich gewusst, dass ihr so früh zurück seid, hätte ich ein paar Eier mehr in die Panne gehauen. Ihr könnt natürlich gerne bei mir mit essen. Danke, der Appetit ist mir vergangen. Kann mir mal jemand sagen, was los ist? Musst du deinen Vater fragen. Wieso mich? Du hast doch diesen zwielichtigen Wunderheiler in Nicks Zimmer gelassen. Neulich war ein Herr Lemke hier. Er hat gesagt, er verfüge über besondere Fähigkeiten und könnte Nick vielleicht helfen. Er kann uns dabei helfen, ihm unser Geld in den Rachen zu werfen. Unsinn. Er hat alles über Nick gewusst. Und das konnte er nur durch besondere Kräfte in Erfahrung gebracht haben. Was hat er über Nick gewusst? Ach, alles, was ihm genau fehlt und warum es ihm schlecht geht eben. Das kann er doch nicht durch die Zeitung oder durch das Fernsehen erfahren haben. Also entweder ist der Typ ein verdammt guter Betrüger. Oder es stimmt, was er sagt. Und er verfügt wirklich über besondere Fähigkeiten. Er hat gesagt, er könne Nick in fünf oder sechs Sitzungen heilen. Bei deinem Vater ist es ja anscheinend egal, ob es Nick gut geht oder nicht. Mensch, Papa. Versuch es doch wert. Es tut Nick doch nicht weh. Jetzt stell dir mal vor, es hilft wirklich. Naja, wenn du auch meinst. Dann ruf ihn halt noch mal an. Ja. Wenn Herr Lemke nicht die Nase voll hat von uns. Frau Schneider? Sie wollten mich sprechen. Ich möchte Ihnen ein Angebot machen. Bitte setzen Sie sich. Klarissa von Anstetten bietet Ihnen eine beträchtliche Summe, wenn Sie dazu beitragen, Tanja zu überführen. Was hat diese Tanja dann angestellt? Etwa die Einfahrt von dieser Klarissa zugepackt? Sie wissen genau, was sie getan hat. Schließlich haben Sie ihr dabei geholfen. Sorry, ich weiß nicht, wovon Sie reden. Jetzt spielen Sie doch kein Theater. Sie haben mitgeholfen, Klarissa zu entführen. Sie haben mich bedroht und jetzt erpressen Sie Tanja. Und Sie haben eine lebhafte Fantasie. Wofür steht denn eigentlich L? Lothar? Ludwig? Keine Ahnung. Eine Million. Eine Million? Larissa bietet Ihnen eine Million, wenn Sie dazu beitragen, Tanja Ding festzumachen. Eine Menge Geld. Aber leider bin ich weder Lothar noch Ludwig. Jetzt warten Sie doch. Ich weiß wirklich nicht, wovon Sie sprechen. Bin ich Frau? Das geht jetzt schon seit einer Viertelstunde so und passiert ist nichts. Du wachst es doch erst ab. Sind doch nur die Vorbereitungen. Worauf? Die Energiequellen müssen Sie sammeln. Sie haben das so ähnlich. Was macht er denn jetzt mit Nicks Füßen? Das weiß ich doch nicht. Aber anstatt zu meckern, solltest du dich freuen, dass er doch noch gekommen ist. Ich muss doch sehr bitten. Ich brauche absolute Ruhe. Und Sie konzentrieren sich bitte voll und ganz auf Nick. Hast du das gesehen? Nick, mein Junge. Also, so geht das nicht. Unter diesen Umständen muss ich die Behandlung abbrechen. Bitte entschuldigen Sie, ich bin ganz still. Machen Sie weiter, ja? Tut mir leid, aber die Verbindung zu Ihrem Jungen ist unterbrochen. Dann nehmen Sie sie wieder auf. Sie haben die Energiefelder zerstört. Ich kann die nicht wieder so einfach aufbauen. Morgen? Wird das morgen wieder gehen? Falls Sie sich ernsthaft zu einer Therapie entschließen, geben Sie mir Bescheid. Gegen Zahlung des branchenüblichen Vorschusses könnten wir dann unter Umständen die Behandlung fortsetzen. Natürlich, sicherlich. Wie viel wäre das denn? 5.000 Mark. Bastianne! Hol es dich. Ich muss doch noch zur Schule. Ja, nur ein winziges Schlockchen. zum Klingeln lassen. Also gut, aber nur, wenn du mir sagst, worauf wir anstoßen. Ja, auf einen ganz besonderen Tag. Wieso? Ist was passiert? Na ja, also, ähm, zunächst mal konnten wir den Kapitän in Borneo ausbezahlen. Ach so, da hat es also doch noch geklappt. Ja, und weiter? Ja, dann die zweite Ladung nicht organisieren konnte, nicht? Mit dem Restgeld. Ja, und, ähm, äh, ja, dann, äh, äh, also, äh, Barbara und ich, äh, sie empfindet für mich dasselbe wie ich für sie. Ja, ich weiß, was du jetzt sagen willst. Christoph ist mein Freund, und, äh, ich wollte es ja selbst nicht wahrhaben. Aber, jetzt bin ich mir sicher, Barbara liebt mich. Tja, dann sollte ich dir jetzt wohl gratulieren. Ja, warum tust du es nicht? Weil ich weiß, wie das ist, wenn jemand dem anderen den Freund, beziehungsweise die Freundin ausspannt. Das tut sich ja verdammt weh. Besonders, wenn es ein guter Freund ist. Aber soll ich nur aus Rücksicht auf Christoph auf meine große Liebe verzichten? Das musst du wissen. Wenn dir was an seiner Freundschaft liegt, dann ja. Ja, aber ich liebe Barbara. Ja, und Christoph liebt sie. Er vertraut dir. Ja, hast ja recht. Ich bin ein Schwein. Ach, das habe ich doch überhaupt nicht gesagt. Und dass du dir Gedanken darüber machst, beweist doch das Gegenteil. Naja, trotzdem ist es mies. Angenommen, ich verzichte auf Barbara. Soll sie mit Christoph unglücklich werden, bloß weil ich ihm nicht wehtun will? Ich kann dir auch nur sagen, was ich erlebt habe. Aber ich finde, ihr solltet das Christoph sagen. Das seid ihr ihm immerhin schuldig. Ist irgendwas? Nein, nein, ich habe mir schlecht geschlafen. Wegen dem Trubel gestern. Och, du siehst aber überhaupt nicht müde aus. Ich muss dir was sagen. Du darfst aber mit niemandem drüber reden, ja? Ernsthaft? Nils hat mich geküsst. Nicht schon wieder. Das ist mal was ganz anders. Er hat mich geküsst und ich habe es zugelassen. Das war sehr schön. Ja, und jetzt? Ich meine, ähm, willst du mir... Nein, ich bin mit Christoph erlobt. Der Kuss ändert nichts daran. Dann weiß Nils das? Nein. Aber ich würde es ihm sagen, noch bevor er nach Rotterdam fährt. 5.000 Mark ist eine Menge Geld. Ja, aber nicht so viel, dass man es nicht auftreiben kann. Ja, das schon, aber bis zum Nachmittag und die zweite Hälfte der Summe, die wird ja demnächst auch fällig. Und wenn du Clarissa fragst? Auf gar keinen Fall. Ich würde Clarissa nicht nochmal um Geld bitten. Schon gar nicht, wo sie selbst fast pleite ist. Ihr seid schon da? Ja, gerade eben gekommen. Und? Wie war es bei Nick? Stellt euch vor, Nick hat sich bewegt. Hast du das gehört? Jetzt erzähl schon. Was hat der Typ gesagt? Kann er Nick wieder aufwecken? Naja, es sieht vielleicht ganz gut aus. Er ist sicher, dass er Nick helfen kann. Ja, aber dieser Typ will bis um 15 Uhr 5.000 Mark Vorschuss haben. Sonst ist die Behandlung gelaufen. Wo willst du denn so schnell fünf Mille auftreiben? Ich könnte Mama fragen. Nichts da. Uli, gib mir mal bitte die Raviolis von oben. Komm. Die? Ja, die. Na, komm schon. So. Das ist mein Versteck. Und das ist zwar nicht die ganze Lösung unseres Problems, aber doch ein großer Teil. 4.000 Mark. Ja, ist meine stille Reserve für Notfälle. Und das hier ist ja wohl ein Notfall, nicht? Ja. Hallo. Ja, die Farbe solltest du öfter tragen. Steht dir gut? Ja, danke. Sehr gut sogar. Ich muss jetzt, ich möchte dich nachher noch sprechen, ja? Ja, ich dich auch, aber leider ist unsere Begrüßung gleichzeitig unser Abschied, ne? Ach ja, du fährst nach Rotterdam. Ich werde dich vermissen. Wichtig auch. Guten Tag, Frank. Bitte. Nehmen Sie Platz. Ja. Und? Haben Sie es sich überlegt? Ja, also, wir haben das alles noch mal besprochen und sind uns einig. Heißt das, Sie haben sich nun doch für meine Therapie entschieden? Es gibt da allerdings noch ein kleines Problem. Ähm, das wäre? Ja, um es kurz zu machen, wir haben nur 4850 Mark zusammengefunden. Also nicht 5000 wie vereinbart. Liebe Frau Prozeski, Herr Prozeski, das ist doch nun wirklich kein Problem. Ich bitte Sie. Und wann können Sie anfangen? Nun, eigentlich nicht vor Ende der Woche. Ach so. So spät erst. Sind Sie denn keine Möglichkeit, das etwas herzumachen? Nun, eine gäbe es vielleicht ja, morgen Nachmittag. Ich könnte einen anderen Termin verschieben. Das wäre großartig. Danke. Danke. Ich fasse es einfach nicht. Der Typ hat mich stehen lassen. Deine Überzeugungskraft bei Männern war auch schon mal besser? Sehr witzig. Reg dich doch nicht auf. Versetz dich doch mal in seine Lage. Ach, ich soll denken, wie ein Gangster. Er erkennt dich doch überhaupt nicht. Wenn er Tanja verrät, dann hängt er selbst mit drin. Wer sagt ihm, dass du nicht doch zur Polizei gehst, um dich an ihn zu rächen? Ich habe es ihm zugesagt. Charlie, würdest du dir trauen? Ja. Nein. Ach, ich weiß nicht. Auf jeden Fall würde ich bei einer Million schwach werden. Da ist was dran. Er muss einen guten Grund haben, warum er so schnell auf das Geld verzichtet. Vielleicht bekommt er von Tanja mehr. Offenbar hat er gute Beweise, mit denen er Tanja ausnehmen kann. Hm. Nur welche? Egal. Hauptsache, er presst Tanja weiter und führt uns damit auf ihre Spur. Ach, du meinst... Wenn es wieder zu einer Geldübergabe kommt, wird Tanja Beweise sehen wollen. Genau das ist unsere Chance. Tut mir leid. Ich hatte noch was zu erledigen. Hat es mit Leonhard zu tun? Leonhard ist bald kein Thema mehr. Ich habe da jemanden. Sein Spitzname ist Eiskalter Engel. Und sein Preis einfach himmlisch. Wie kannst du immer nur an Geld denken? Tue ich ja gar nicht. Dieser Mann ist für seine Präzisionsarbeit bekannt und das heißt, Leonhard wird nichts spüren. Und wann ist es soweit? In den nächsten Tagen geht es über die Bühne. Von Anstetten. Ja, ich habe das Tape bekommen. Eine Menge Geld. Mir wird wohl nichts anderes übrig bleiben. Aber eins müssen Sie zugeben. Der Typ hat eine seltsame Mischung an Klamotten in seinem Büro, oder? Mir ist egal, wie Lembkes Büro aussieht. Hauptsache, er kann Nick helfen. Wieso? Wie sieht sein Büro denn aus? Ach, ich weiß nicht. Überall steht so asiatisch-esoterisches Zeug rum. Keine Ahnung. Hallo, Nick. Hallo, mein Junge. Vielleicht kannst du schon bald wieder laufen. Und in ein paar Wochen sogar trainieren. Also, erst mal fahren wir gemeinsam in den Urlaub. Schließlich muss sich Nick erholen. Genau. Er muss mal richtig ausschlafen. Ja. Nun lass ihm doch Zeit, wieder mal zu Kalken zu kommen. Und dann geht es erst mal richtig auf die Piste, bevor es wieder ans Kicken geht. Ja, wenn Sie noch mehr wären, dann müssten wir ja direkt anbauen. Ach, wir sind es gewohnt, zusammen zu rücken. Hauptsache, Nick wird wieder gesund. Ich weiß, es ist nicht leicht für Sie, über Wochen immer wieder nur zu hören, dass sein Zustand unverändert ist. Ach, wissen Sie, heute stört uns das überhaupt nicht. Sie haben hier im Krankenhaus keine Lösung für nix Probleme finden können. Also haben wir uns selbst drum gekümmert. Oh, Verzeihung. Der ist für Sie abgegeben worden. Tschüss. Christoph. Liebste Barbara, verzeih mir bitte, dass ich mich erst jetzt bei dir melde, aber du kennst das ja, wenn man geschäftlich unterwegs ist. Ein Termin jagt den anderen. Aber meine Gedanken sind immer beide. Du fehlst mir. Ich kann es kaum erwarten, wieder bei dir zu sein und deine Nähe zu spüren. Jede Sekunde ohne dich kommt mir so sinnlos und leer vor. Einzig der Gedanke, meine Rückkehr, vertröstet mich über die Zeit ohne dich hinweg. Ich liebe dich über alles auf immer und ewig. Dein Christoph. Und dieser Mentalologe, der hat also hier am Bett gestanden. Ja, genau da. Und dann? Dann hat er die Augen geschlossen und sich konzentriert. Bis nix sich bewegt hat. Ah. Was ist denn in den Gefahren? Vielleicht hat er ein paar von seinen Pillen geschmissen. Abracadabra, Simsalabim, Nick, erwache. Nick? Haben Sie auch magische Kräfte? Nein. Die brauche ich auch nicht. Mir genügt diese kleine Nadel hier. Sehen Sie? Ein einfacher Muskelreflex, verursacht durch eine mechanische Reizung der Nerven hinten im Fuß. Herr Lemke hat dieses Zucken als Beweis dafür angeführt, dass er Nick helfen könnte. Mhm. Herr Lemke ist ein Betrüger. Nichts weiter. Untertitelung im Auftrag des ZDF, Erlömer, Ich bin ja, Ich bin ja, Ich bin ja, Ich bin ja, Vielen Dank.